Mein Name ist Max Steele, ich bin Digital Operations Director bei Argos. Argos ist einer der führenden britischen Einzelhändler. Unsere Website hat den drittmeisten Traffic der Branche. In den letzten Jahren haben wir extrem viel in Digital Marketing investiert. Bewusst, denn so war es uns möglich, uns von der Konkurrenz abzusetzen. Unsere Kunden erzählen nicht von Apps oder Websites, Customer Journeys oder Erlebnissen. Sie reden vom Einkaufen. Wir wollen den Einkauf für Kunden zu einem Erlebnis machen, mit dem wir der Konkurrenz voraus sind. Für sechs unserer wichtigsten Erlebnis-Kategorien, vom Einkauf bis zur Lieferung, haben wir eigene Teams zusammengestellt. Angefangen beim Erstkontakt des Kunden mit Argos bis hin zur Bestellung und Kundenbetreuung. Je besser wir uns in den Kunden hineinversetzen können und unsere Entscheidungen auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten, desto erfolgreicher sind wir. Innovation ist bei Argos kein bloßes Herumexperimentieren, kein Nebenschauplatz. Innovation ist Bestandteil unserer Erlebnisse für den Kunden. Adobe-Produkte spielen eine wichtige Rolle. Adobe ist einer unserer wichtigsten Partner für Technologielösungen, weil sie hervorragende Arbeit ermöglichen. Meiner Meinung nach ist das der Schlüssel. Die Stärke der Produkte von Adobe ist Benutzerfreundlichkeit. Immer wenn unsere Teams ein neues Produkt anwenden und über eine neue Lösung von Adobe nachdenken, ist es die Benutzerfreundlichkeit, die Adobe von der Konkurrenz unterscheidet. Vor kurzem haben wir während unserer Black Friday-Verkaufsaktion Adobe Experience Manager für die Landingpage bei Klicks auf bestimmte Digital-Marketing-Aktivitäten verwendet. Mit den Funktionen von Adobe Experience Manager für Mobilgeräte können wir unsere Website ständig aktualisieren, damit Kunden zu jener Tageszeit immer das für sie relevanteste Angebot sehen. Für uns war es sehr wichtig, Produkte, Marketing und Werbebotschaften, die Kunden auf ihrem Smartphone sehen, laufend anpassen zu können, während der Kunde einkauft. Adobe Target hat uns ganz neue Türen geöffnet. Wir haben nun viel mehr Möglichkeiten, wie wir unseren Kunden zum richtigen Zeitpunkt passende Produkte empfehlen können, ob auf unserer Website oder nach dem Besuch eines unserer digitalen Kanäle. Dank Target können wir uns jetzt überlegen, wie wir diese Produkte anbieten, was die passenden Produkte sind und wann man Kunden diese Empfehlungen am besten präsentieren kann. Es ist sehr wichtig, dass wir in der Lage sind, uns weiterzuentwickeln. Dazu braucht man passende Technologielösungen, die man wiederum von Technologiepartnern bekommt. Adobe spielt bei unserem geschäftlichen Wachstum eine wichtige Rolle. In den letzten zwölf Monaten hat sich unsere Partnerschaft stark weiterentwickelt. Ich bin sicher, dass wir auch in Zukunft noch viel erwarten können.